Da muss ich warten, bis sie so zurückgehen, so. Äh! Ich probier mal was. Ich komm hier an dieser Stelle wunderbar durch. Oh, mittlerweile. Aber total scheiße, den KMD. Boah, ey. Wir kriegen nach so'n dicke Eier. Buhstäblich. 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 Wie hast du dir das überlegt, du scheiß, äh, Drainball-Spielmacher? Wie hast du dir das überlegt, dass man das schaffen soll? Das ist doch total bekloppt, ey. Warum macht man denn überhaupt so eine Scheißerei mit den Eiern? Brr! 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 Oh, jetzt hängt der eine Link schon wieder dabei! Was soll das denn? Dass der auch nicht tot bleibt. Das wäre doch einfach so leicht und easy. Aber nein. Nehmen wir mal ein anderes All. Hey, hey, ja. Yo, du Scheiß. Was soll das denn jetzt? So ein fetter Dino kann doch nicht mal so drei Eier mit mir. Das ist doch bekloppt. Dann hätten wir es geschafft, guck mal. Das ist nur diese scheiß Ecke da, wo man nicht durchkommen kann, ey. Fickt euch, ey. Ja, vielleicht schaffen wir es ja mit Superzeichen-Power. Ich weiß es nicht. Wir sind schon mittlerweile 6 Zeichen... Guck mal, der ist ein bisschen schneller. Oder komm mir das nur so vor. Äh, Junge. Was ist denn, Junge? Oh, eine Kapsel, super. Ey, das ist doch deprimierend. Gut, da läuft ein bisschen langsam. Das ist doch nicht so. Der Pimmier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das macht echt keinen Spaß... So... so ne Scheiße... Versucht doch das ganze Spiel! Fuck yeah! Pfff... Komm, jetzt haben wir unser 1. Ei! Dumme Olle! Guck mal wie groß die ist! Sie hätte 3 Eier im Mund nehmen können! Ähm! Ist ja noch mehr Eier da, die du mitbringen wirst! Bring sie hier, ohne sie fallen zu lassen! Ja, du dumme alte... Olle Ziege! Machen kein Damage, aber kein Eier zerschlagen! Ist klar! Mann! Mann! So, jetzt... Jetzt habe ich die Teilen verpasst! Ich gehe auch immer dasselbe Mal, so gleich wie immer! Ich quatsche scheiße zusammen! Wie immer! Mann! Das ist doch doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das ist doch nicht mehr lustig hier. Scheiße ist das. Das ist doch ein Witz. 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 Das ist doch ein Witz.